Tief im Urwald, Brasiliano... Warte, Stoff, Stoff, wir brauchen einen Anfangstuch. In die Kamera, meine Frisur, ach gut. Vorstellen? Nein, ich will, dass mein Name nicht erwähnt wird. Das ganze Gemüse meiner Visage. Das steht so im Skript. Tief im Urwald, Brasiliano, auf Plantage von... Wie geht nochmal die Melodie? Ja, das ist der Dominante Toniker fertig. Ja gut, das brauch ich mir gar nicht sagen. Das ist ein Schalb-Sinn. Weißt du, das ist so warm, du hast eh keine Energie zu singen. Senior spielt ein Pianino und Donner liegen, trinken Vino... Fuck! Hey, sorry. Konzentration jetzt. Ja, machen wir doch mal. Das geht besser. Vielleicht ein bisschen lässiger. Nicht ganz so reinschreuen. Ja, okay. Nicht so brüllen. Nicht so brüllen, ja. Genau.